BOMB ist der Musikhandel im Stahlboden. Rockmen hören wir nicht ganz okay. Daheim auf dem Loo oder so singen. Aber nicht im Straßenverkehr. Genau, okay, klar, das ist ja wohl klar. Rockmen hören wir nicht ganz okay. Daheim auf dem Klo oder sonst irgendwo. Haben richtig Straßenverkehr. Na lauert Gefahr, das ist ja wohl klar. Rockmen hören wir nicht ganz okay. Rockmen hören wir nicht ganz okay. Rockmen hören wir nicht ganz okay. Rockmen hören wir nicht ganz okay, ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020